Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 4. Juni Die Frucht des Geistes ist die Liebe Galater 5, Vers 22 In der Zeitung stand, dass zwei Männer in einer Wirtschaft vergiftet wurden. Der Wirt hatte ihnen Wermut serviert. Erst zu spät merkte man, dass die Flasche giftiges Zeug enthielt. Man hätte es aus einer Korbflasche in die Wermutflasche gefüllt und vergessen, ein Giftetikett darauf zu kleben. Das falsche Etikett wurde der Tod der beiden Männer. Der Teufel arbeitet gern mit falschem Etikett. An einem Kino lockte ein riesiges Plakat Liebe harter Männer Man brauchte den Film gar nicht anzusehen, um zu wissen. Hier geht es um das Gegenteil von Liebe. Um brutale Selbstsucht Die harten Männer suchen ihr Vergnügen und die Mädchen, die sie zu lieben meinen, suchen Geld oder Pläsier. Ein falsches Etikett Man rühmt die Mutterliebe mit Recht Aber ich habe eine Mutter kennengelernt, die ihre Schwiegertochter hasst, weil sie ihr den heiß geliebten Sohn nicht gönnt. Schrankenlose Selbstsucht Das Etikett Mutterliebe war falsch. Es ist unerhört, wie die schlimmste Selbstsucht heute mit dem Etikett Liebe bezeichnet wird. Was richtige Liebe ist, die nur den anderen sucht und nicht sich selbst, können wir erst bei Jesus lernen. Er gab sich in den Tod Für seine Feinde Er sucht nur uns Das ist Liebe Und wenn wir nun uns diesen Jesus anvertrauen, dann nimmt er uns in seine Liebe hinein. Er schenkt uns seinen Heiligen Geist Er wirkt als schöne Frucht in uns Liebe, die nicht das Ehre sucht, sondern das, was des Anderen ist. Liebe Die wächst nicht auf dem Beet eines unbekehrten Herzens Liebe Die ist die Frucht des Heiligen Geistes Herr, wir wollen deinem Geist Raum geben, dass er uns umwandle Amen Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich Jesus Christus segne dich